und dann können wir auch gleich beginnen erst mal ein herzliches willkommen auf auf dem pfingstsonntag heute ja ich freue mich dass es heute weitergeht mit doom attacke ins feuer stimmt wir haben ja das höllenportal im letzten stream was ist die qualität darf eigentlich nicht schlecht sein ok wir wurden durchs portal gesogen wie es aussieht wir wurden durch das portal gesogen was wir eigentlich schließen wollten was so gar nicht funktioniert hat und ich glaube wir haben es wirklich in die hölle geschafft so irgendwie lädt er hier gerade noch ein bisschen textur nach ich glaube ich werde mir die neue pläserie holen wenn sie rauskommt wenn der jetzt schon bei den texturen hier teilweise ewig braucht hier da ist ja noch ist ja noch hier genau okay das sieht auf jeden fall nicht sehr einladend aus was da vorne und so auf uns wartet ach so ja okay ja bin ich die daten werden so langsam über mittel das kann gar nicht sein mal kurz das weg den chat offen lassen vielleicht so da 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 ist auch nichts weiter mehr offen komisch das ist der markt der da noch nebenbei aber das ok der verbindung sollte eigentlich passen der liegt schnell genug hoch und dann starten wir mal auf jeden fall werden wir hier erwartet hallo das ist die schalter drücken wir nicht gedrückt na 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 in der hölle so was geht ab was geht ab höp 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 da ist ein teil da 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 püppchen da mit der schrufe dran suchen ok wir bauen das portal gerät am grab auf und markieren unseren weg mit den lichtstäben macht das also hier war eine ganze gruppe oder na schon wieder ich wollte dahin gut so funktioniert das nicht wo auch die karte wieder also rein theoretisch sollen wir dadurch um da zu der puppe zu kommen das funktioniert aber nicht also gehen wir erstmal in die andere richtung super eltenlandung diese jetzt die zombies hätte wir schon bei einer ausforderung gesehen haben auch leck mich doch ich habe irgendwas im auge verdammt was bist du denn das sieht ja entspannt aus gewehr ausgewertet geile kanone geile kanone das war ist eine geile kanone die hat aber einen geringen rückstoß hat es völlig aus den latschen gehauen das scheißteil naja egal ist cool also das kriegen wir da können wir spaß mit haben auf jeden fall schon fertig geladen facebook habe ich gepostet dass ich gleich bin ja habe ich ja habe sogar schon zehn leute erreicht da liegt noch rüstung die man gar nicht gesehen eben aber wird eine volle rüstung richtig derbevolle rüstung da oder schießt sogar erst ausgewert die platzen einfach weg ich mag die knarre wo wir schießen damit sogar durch gegner durch das das ist voll nice ja wir bleiben lassen na war er nicht an ihm schießen au so ah na ja komm her ok es hört einfach nicht auf cool zu sein mit der kettensäge so dass da oben ist die große rüstung die heimnis gefunden sogar heim kam es jetzt aber nicht vor da kann man nicht rüber springen so plums gibt es auch noch raketen stiefel oder wie soll man da hinten hin kommen na egal ähm doch ne ok wieso kannst du eigentlich schweben du blöder drecksack au hier frisst das bam zu dem Knüppel weggeflogen so ist das schön hier so rüstung wird draußen gehen was haben wir hier er sagt ich brauche eine keycard was ist das da für ein blauer schädel na klar und sollen wir da oben noch da müssen wir jetzt lang laufen da brauchen wir bestimmten gelben schädel für keine keycard sondern schädel jetzt selber funktionen anderes aussehen wie bist du denn jetzt hier hoch gekommen das wollte ich auch wieder nicht oh ja ja das tue ich au pack deinen verfickten flammenwerfer weg dafür bruder ich dir dein herz in dein maul rein da 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 explodiert überall dein gehirn hinein achso das ist jetzt überhaupt nicht gebracht haben wir gerade in ihren rhein reingehüpft das haben wir hier so feines das ist ganz schön wenig lust dafür dass wir in der hölle sind die rüstung weggeprügelt dafür kriegst du jetzt aus dem maul. Schön so die Schädeldecke weggekloppt. Hi. Auf wegzulaufen. Hinter mir auch noch. So. Leider gibt es hier keine. Gott. Wie viel gibt es denn von euch hier? Auf wegzulaufen wie ein kleines Äffchen. Ich drücke immer die falsche Taste. Wo? Da. Hui. Sehr schön. War doch herbisch. War natürlich nicht der letzte, aber wir drücken es jetzt einfach rein, damit noch mehr kommen. Gelber Schädler halten. Jetzt können wir gelbe Türen öffnen. Alles klar. Aber ich habe wieder das falsche Fenster offen. Hier sehe ich gar nicht, wenn jemand dabei ist. Alles cool. So. Ghostnare, Ghostnare, Ghostnare. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich lang muss. Egal. Wir laufen einfach irgendwo rum. Lachen wir noch mal ein bisschen Munition ein. Da kommen wir nicht hin. Willkommen in der Hölle. Ey, dieser Rückschuss ist total gut. Oh. Da müssen wir definitiv rein. Ich muss nur gucken, wie wir da rein kommen. Anscheinend ist so ein blaues Schädels benötigt für. Da ist noch eine Herausforderung hinterher. Oh. Tut eigentlich gar nicht weh. Ich sehe mal trotzdem gerne rum. Hätte er wie tun können. In einer anderen Welt. Ne? Genau. Da brauchen wir dann das und dann kommen wir da hoffentlich auch durch zu dem Teil. Also suchen wir jetzt erstmal unsere gelbe Tür. Grünes Fall im Feuer. Wer kennt es nicht? Schon wieder viel zu lange still. Es geht so nicht. Nein. Geht so nicht. Nein. Blödödödö. rhömln, Medizinie. Ängereien. Wo waren die Scheiße? Ah ah, da langweilige Tür. Flup. Hat er sich aufgelöst. Ga nein. Einfach durchlaufen soll schon passieren. Oh, hi. Gib mir das. Du brauchst das eh nicht mehr, mein Freund. Was ist das? Okay. Klingt ein bisschen nach Kratos. Unter anderem. Also irgendwie haben teilweise die coolen Helden haben irgendwie das Ding ist alles scheißegal. Das ist alles so ein dunkel Fucktypen. Okay, da unten kommen wir noch nicht rein, weil wir keinen blauen Schädel haben. Also müssen wir wahrscheinlich nochmal zurückkommen. Haben wir die Karte runtergeladen? Nee, oder? Wir haben nur die Geheimnisse alle auf der Karte aufgedeckt. Glaube ich. Egal, gehen wir hier mal lang. Und schießen auf den. Und den. Und den da. Boom. Ach nee, nicht wieder so eine Hexenschlampe. Tschüss. Ich weiß mir, wovon bleibt, kleiner Mann. Juhu. Bam. Scheiß, Hexenvieh. Ich schieße dir in dein Po. Das macht dich super froh. Oh, stehe ich nicht so. Hi. Na, kleiner Mann. Oh, 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 oh. Konzentriere dich auf das, was weg ist. Konzentriere dich auf das, was bei dir ist. Hi, Typ. Bumblebootze, Schädelrotze. Wow, 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 wow. Wow. Sie sind voll uncool. Ja, 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 ja. Guck mal, hier am Raketenwerfer. Au. Au. Mein Gesicht. Hey, hör auf. Hey, ich bin tot. Nein. Der war gemeint zu mir. Fuck. Trinke ich halt weiter Kaffee. Komme ich auch mit klar. Jetzt schon 0% von 0 auf 83%. 15% 12 Personen erreicht. Also das Ding davon müssen wir nicht nochmal an family. So wie wechseln wir nochmal die Granate da unten durch? Oh. Ich habe hier Prä-Tot-Root-Marken. Töte mit Hilfe von Verstärkern. Führer 4 Beinfeger. bei hellen Schindlern aus. Rechtes Bein angreifen. Okay. Ups, Entschuldigung. Das hat mich überwältigt gerade. Kaffee, gar keinen Kohl. Egal. So. Da wären wir wieder. Hier bei Doom. Egal. Ich rede so viel und fuhr gerade. So, mit Hilfe von Verstärkern. Ach so, können wir hier noch irgendwas Hier, dann bleiben die Verstärkung aktiv. Länger. Das ist praktisch. Sturmgewehr, das ist das. So, Waffen. Und eigentlich würde ich gucken, wie man die Granate wechselt. So nicht? Ja, und so. Ja, toll. Hier, nahkampfmäßig bin ich ja richtig die Nudel. Verpiss dich. Quatsch. Das ist immer noch so toll. Hab dich. Blöde Hexe. Hey, guck mal du. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da sobald auf einmal blöde schnäpfe wo bist du komm jetzt her ich habe die schnauze voll von dir geht doch doch noch noch eine schnäpf bitch wo ist hin lieber wollte ich zwar nicht aber ja wir sind fast tot warum sind wir wieder fast tot als medizini wo sehen jetzt hin gehüpft wo darf bitte das denn angestellt du brauchst ein kopf nicht mehr mein freund noch eine noch eine noch eine noch weiter wie viel gibt es denn da von ihr hier die position hier so hat und bin der fucking bäder ist und dicke dichter tode so bist du so aber du bist so unentspannt hier macht nicht viel gedanken so irgendwo ist hier hexe 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 da ist hexe habe ich hexe haben wir es jetzt endlich geschafft oder hier ist anscheinend irgendwo was wo kam das da weg mit dem kiefer waffenpunkte halten gegner tot ich ja man 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 das war eine nummer die war nummer ein reich okay es klingt ein bisschen kirchlich hier nur höllenmäßig so hoch die tür ist offen toll jetzt habe ich hätten sie in drei stoffen ich glaube das ist eine einladung die freundlich dass wir hier sind ganz bestimmt hallo aw na so hosen also völlig weiter ausgesprochen zeug grün ist zu da ich nicht tot dafür hätte ich nicht unterspringen müssen verdammt aber hier finden wir noch mal ein bisschen rüstung ich ja auch schön dann kann man da lang wieder durch die gelbe tür wieder hier gesundheit gesundheit ist nicht schädlich rüstung haben wir auch dicker voll dann haben wir da drüben da haben wir das rakete aus kur kur ja so wird noch ich sag da nicht zu jetzt auch von hier dahin springen habe ich schon wieder den gleichen scheiß gemacht wie eben na egal jetzt gibt jetzt weiß ich ja dass wir hier so darüber hüpfen können voll der wunderschöne knopf jetzt ist die holztür offen hoffentlich hilft mir das irgendwie weiter ein bisschen erschrocken sorry dude das ist bestimmt ein teleporter warum trete ich da nicht drauf erst machen wir uns hinten kleine püppchen ich finde die so cool und die musik dazu immer wieder ist von astro typ immer auf das grüne ding genauso was erwartet laues köpfchen